bis heute raus geht willkommen auf meinem kanal wie ihr seht ich habe eine maske an die maske tut mir gut ich hoffe dass ich das Video alles nutze ja das mal irgendwas machen Zum Beispiel hier, das Parfum von meinem Fahrzeug habe ich bekommen, das Zeug euch das mal. Ich habe noch ein Bild. Und sorry bei den Videos, wo ich was gesagt habe, aber was da nicht gekommen ist. Ich wollte etwas zeigen und ich habe es vergessen. 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 Mein Auge tut so gut wegen der Maske hier. Ich möchte die eigentlich nicht aufziehen. Ihr wisst ja, wie ich aussehe. Ich finde es mit der Maske viel gut. Ich gucke gerade, was ich... Ich gucke, was ich zeigen könnte. Wie ihr seht, da oben ist etwas. Dann wird unser Dachblutenzimmer so klar noch wieder fest. Ich bin schon seit drei Jahren am Warten auf eine Leiter. Und die ist immer noch nicht da. Die hat meine, aber die ist nicht da. Ich zeige, wie wir noch viel genug gehen. Ich stehe mal da hoch. Es wurde meine Kupfhunde zu der Schule. So war die alte Schule, also vierterklächte Schule. Klasse. da hatten wir so an ipad etwas gemacht und fünfte klasse jetzt was und außerdem nicht vergessen Und für mich auch ein Like und ein Abo dalassen und auch die Glocke probieren. Und ich darf den Abo auch machen. Und hier kommt dann halt oben. Und ja, ich weiß nicht. Es geht um die Kommentare. Und schreibt in die Kommentare, wie man so Dings macht. Wenn man ein Video anschaut. Die so mit diesen Gesichtern. Was. Oder. Kann man ja. So. Am Anfang. Wenn man so. Irgendein. So. Zum Beispiel. Marvin und Kevin machen. So. 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 Welche Fotos oder so. Wie. Wie macht man das? Und wie kann man das machen? Oder. Oder. Irgendwas. Wenn ihr wisst wie das geht. Dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Hier. Äh. Ist mein. in der Türkei. Hier. Seht ihr noch mal. Ach. Ich will es kurz vor. Prof. Sünder. F. Da war ich die F-Jugend. 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 2019. Ich habe ich diesen. Aber. Diese Fotokale. Wissen wir spät für das Garnisches Quart. Aber der. Aber das Unterhalsschwert, so. Ich weiß nicht. Und hier mein Bronzabzeichen. Hier seht ihr noch Bronze. Und hier ist mein Bronz-Dings. Also dieses Bronzabzeichen. Und hier ist mein Bronzabzeichen. Und ich habe noch eine Medaille. Ich habe die aufgehangen. Hier. Okay. So. Ich schreibe es mal vor. 2019. Da war ich nicht am Leben. Ich war ja dessel. Deswegen bin ich weiter jetzt. Aufwärtsend. Ich weiß nicht. Ob jetzt Dings kommt. Dass es weiter voll ist. Dann wird das Video abgebrochen. Hier ist mein Fischbeintrikot. Hier ist mein Fischbeintrikot. Ich habe morgen einen Tunnel, Leute. Aber ich weiß nicht, ob ich auch schwimmen darf. Alle Muslime. Hier. Das ist die Mecke. Das ist die Mecke. Und hier ist mein Pulli von Österreich. Das ist sehr, sehr nice. Aber ich weiß nicht. Wo man das nicht kauft. Es gibt zwei an der gleichen Schule wie ich. Ein Ukrainer und noch ein Deutscher. Der ist glaube ich 8 oder 7 Kressler. Oder 6. Keine Ahnung. Und hat genau das gleiche Pulli. Vielleicht haben die das auch von Österreich. Oder bestellt. Oder keine Ahnung. Haben das halt heute. Hier wo mein Sportdach ist. Das ist meine Tüste. Hier. Sorry, wenn meine Schnabel so komisch ist. Die Maske ist so komisch. Die hängt so fest. Ich war... Ich schwitze gerade. Tschüss. Ich war beim Friseur. Und äh... Ja. Ich hatte irgendwas weißes. Ich glaube, ich war beim Spiegel. Hier sieht hier nochmal, wie ich immer Maske aussehe. Und damit auch so. Mit kaputte sich Chaos. Aber mit einer coolen Maske sehe ich immer nice was. Äh... Es gibt's äh... So ein Spiel. Das heißt... Itak is true. Das habe ich auf PS4. Und äh... Bei den 100 Abonnenten mache ich und mein bester Freund Metin äh... Dings... Machen wir... Ein Livestream und bedanken uns für die 100 Abonnenten. Und machen ein Livestream... Irgendetwas... Billard... Ihr könnt entscheiden. Wegen ihr die Besten seid. Wenn ihr mein Kanal und sein Kanal auf 100 Abonnenten macht. Und äh... Dings... Sein... äh... Kanal heißt... Meeting Games. Und äh... Wenn... Wenn ihr euch seine Videos befehlt... Guckt auch mal seine Videos an. Und ja... Tschau. 23 25 25 26 27